Musik Hallo und willkommen oder willkommen zurück. Weiter geht unsere aufregende Reise von Trontam nach Vevang über die berühmte Atlantikstraße in Norwegen. Es ist eine unvergessliche Fahrt entlang einer der spektakulärsten Küstenstraßen der Welt. Unsere Reise beginnt in Trontheim, eine Stadt mit einer faszinierenden Geschichte und einer lebendigen Kultur. Musik Nachdem wir die Stadt erkundet haben, brechen wir auf und machen uns auf den Weg zur Atlantikstraße. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Atlantikstraße, auch als Altlanter Harfswein bekannt, ist eine Meisterleistung der Ingenieurkunst und schlängelt sich spektakulär entlang der norwegischen Küste. Während unserer Fahrt überqueren wir mehrere Brücken, die uns von Insel zu Insel führen und erleben atemberaubende Ausblicke auf den Atlantischen Ozean. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Unsere Reise endet in Wewang, einem kleinen Küstenort, der für seine idyllische Schönheit und seine entspannte Atmosphäre bekannt ist. Hier kann man frische Meeresfrüchte genießen und die reiche maritime Kultur Norwegens hautnah erleben. Die Atlantikstraße ist nicht nur eine Straße, sondern ein Abenteuer, das uns inmitten der norwegischen See führt. Sie ist ein wahres Meisterwerk der Straßenbaukunst und ein absolutes Muss für Reisende, die die Schönheit und Wildheit Norwegens erleben möchten. Wir hoffen, dass ihr diese Reise mit uns genossen habt und ihr auch von der Magie der Atlantikstraße verzaubert wurdet. Norwegen in seiner ganzen Pracht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020